Wie ist das Spiel in Pause? Da stand hier oben noch der Held. Ist der schon weggelaufen? Oh, der ist weitergegangen wohl. Okay, da wird gekämpft. Aber es sind zwei Helden, die da arbeiten. Dann wird es ja wohl klappen, ne? Okay. Es sind sogar drei. Oh, wird schon werden. Der eine läuft weg, aber der andere ist noch da. Ja. Zwei sind sogar übereinander gewesen. Okay. Dann geht es aber noch gut, dem Gehro. So. Hat geklappt. Irgendwo ist ein Held wiedergekommen. So, hier oben nochmal bitte einmal einer hingehen, dass das jetzt richtig entdeckt ist. Oh, da geht keiner hin, ne? Dann nicht. Doch. Super. Genauso hätte ich es gern. Ah, jetzt kommen noch mehr Helden hier lang, aber hier ist nichts mehr zu holen. Dann macht er bloß keinen Scheiß und buddelt da den Fluss an oder den See. So, hier geht es weiter. Oder da gucken. Da, ich weiß nicht, ach, da hat er irgendwie einen blauen Hut gegeben oder was? Kann sein. Ne, blauer Schleim war es. Gut. Hier wird weiter entdeckt. Okay, da ist irgendwie ein Schleim. Wieder ein blauer Schleim. Okay. Ja, der ist aber kaputt. Na, geht noch ein Stück weiter. Vielleicht sind wir in den nächsten Raum. Oh, irgendwo ist einer gestorben. Das war nicht so gut. Wo ist denn der jetzt hingelaufen? Hier nicht. Da muss es hier... Ah, da war das wohl. Naja, okay. Aber das war ein Held, der gestorben ist. Okay. Ja, da liegt er, ne? Hat er sich übernommen wohl. Hier gehen welche hoch jetzt, aber die werden... Ah, ne, die werden nicht hier... Ah, da ist schon jemand gestorben. Zwei sogar. Okay. Da kämpft ein Held. Der Schleim ist kaputt. Hier ist noch so ein Ogre. Okay. Auch erledigt. Gut. Ja. Da wird jemand beerdigt dann. Nicht so toll, aber ist halt so. Wir gucken mal schnell nach... ... diesen Sachen, die wieder hier nicht... ...laufen, ne? Schade, ne? Ja. Das machen wir mal vielleicht ein bisschen höher, ne? Die anderen können ja tiefer gehen, ne? Aber ne, da kann man sogar noch nicht mal auswählen. Hm. Das bringt uns dann auch nicht weiter. Dann lass sie wieder nach unten gehen, wer weiß. Ist halt so, ne? Die gehen dann halt tot. Hier fehlt auch noch eine Hose. Hier ist gut. Zweite Seite, da fehlt noch Hose. Da ist gut. Zweite Seite. Fehlt auch noch was. Gut. Und hier gibt's nix, ne? Ja gut, okay. Wenn da keine Sachen sind, sind da keine Sachen, ne? Oder wie soll man das sagen? Da ist der Sarg liegen geblieben. Hier wird grad gekämpft. Okay. Erledigt. Da sind wieder welche am runtergehen. Und hier sieht's schon wieder schlecht aus, ne? Aber die wollen, dass da alle wegholen. Gefährlich. Oh, oh, oh. Na, hab ich mir gedacht. Ja. Also hier unten ist ein bisschen gefährlich. Jetzt sind die wieder zugange, ja. Bitte mal helfen. Schwierig. Na, Schweinchen, okay. So, ja. Jetzt können sie hier alle aufheben, ne? Obwohl, da ist jetzt auch noch was. Das heißt, die rennen da auch noch rein. Aber da ist nur noch ein Ogre. Okay. Wer macht den jetzt fertig? Okay. Ja. Und ich hoffe. Und jetzt hier aus mit der Pinne ist schlecht, weil die ja gestorben sind wahrscheinlich, ne? Und läuft der halt hier, ne? Nein, läuft der nicht. Dann wird was aufgehoben. Ja gut, dann gucken wir mal ganz nach oben, was da so los ist auf der Erdoberfläche. Wir hatten hier noch irgendwo die Treppe, die jetzt so aussieht. Können dann da hochlaufen, ne? Sind dann auf dem Boden, ja doch. Das müsste jetzt passen, ne? Ich glaube, wir können da jetzt noch ein bisschen Mauerwerk gerade bauen. Das, das. Und. Achso. Ist schon soweit. Hm, hab ich gar nicht eben gesehen. Dann würde ich sagen, kann da noch eine Etage drauf. So, das können die bauen, ne? Ja. Äh. Ich glaube, das ist eine Etage, die da fast fertig ist. Dann machen wir erstmal hier weiter. Ah, stopp mal. Das müssen wir irgendwie mal umbauen. Ne, der war's. Und das gleiche gilt da drüben auch nochmal. Achso, war schon drauf ausgewählt, ne? Das da auch weg. Und dann wieder was hingebaut hier. Ja, Shift hast du nicht gedrückt. Da ist jemand gekommen. Ah, wie ist das jetzt hier? Dann muss der anlockt werden, ne? Damit man da rein kann, oder? Hier passt auch irgendwas nicht. Egal, kriegen wir auch hin. Oh, hier die Wände ziehen. haben wir's. So. Das passt soweit erst. Da machen wir zwei hin. So. 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 Und so. Dann ist der Raum auch passend, ne? Ja. Man muss nur nachher gucken, wie sie in den hinteren Bereich kommen, aber das sehen wir dann. Äh. Passt, oder? Ja. Lassen wir erst mal so. So. Da haben sie erst mal genug zu tun. Wie wir das bauen, müssen wir dann noch gucken. Gut. Gehen wir mal in meinen Keller wieder gucken, was da so los ist. Okay. Da ist wieder so ein Golem, oder was war das? Sneaker Blade. Okay. Sieben Hellen sind es wieder. Sogar einer dazugekommen und das ist noch bei 69. Also alles gut. Cool. Sneaker Hater. Okay. Okay. Wo läuft der Held hin? Oder läuft wieder zurück? Schade. Da kommt jemand. Was macht der? Der holt sich hier unten die Knochen bestimmt weg, ne? Oder? Ne. Geht weiter. Holt den blauen Schleim. Hier oben ist noch nichts weiter gemacht worden. Okay. Ja. Hier unten kann man nichts machen, ne? Müssen wir mal gucken. Da ist jetzt der Held. Dann läuft der da rein. Dann läuft der da rein. Der bleibt da stehen. Läuft nicht weiter. Da kommt noch ein Held. Aber sie laufen nicht den Gang rein. Hm. Doof. Was hat der da oben geholt? Mit Knochen wahrscheinlich, ne? Gut. Na. Das traut sich keiner weiter vor, ne? Das ist auch doof. Komm. Ich will den Raum da sehen. Wenn da einer ist. Versteht's jetzt? Ne. Ach guck mal. Da sind drei Gänge sogar. Interessant. Oh. Da unten geht's los. Oh. Das ist ja gefährlich. Ah. Einer ist schon kaputt. Aber. Zwei kaputt. Oh. Na. Jetzt haben wir hier vier Helden. Sollte funktionieren, oder? Wohl der wahrscheinlich, ne? Geht sogar. Okay. Schweinchen sind's jetzt. Ne. Geht. Relativ großer Raum hier, ne? Da. Gibt's nur einen ohne Mütze. Warum nicht? Aber den hat er geschafft. Nicht, nicht, nicht. Ah. Jetzt geht er da noch hin. Ja, jetzt geht er weg. Aber der geht dann hinterher, ne? Ja, geht wohl mal da um die Ecke, dann kriegst du da von den Beinen auf. Witze. Ja. Ja. Auch schon kaputt. Auch gut. Nehmen wir mal einen Dial-Wolf. Ja. 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 Da geht's. Und was ist das für einer? Und was ist das für einer? Hauptprobleme... Achso, Sneaker... Sneakerblade. hat er aber geschafft. Okay, der hat ja was weggeholt. Und läuft. Okay, wir haben jetzt Sechse in der Folge verloren. Aber dafür ist es hier unten natürlich auch nicht so einfach, ne? Ist auch klar. Und der wird auch gekämpft. Und der hilft jetzt weiter. Oh, der läuft da durch. Kupfer haben wir hier unten. Ja, geht nicht weiter, ne? Ja, die Dame da, die sollte sich mal ein bisschen mehr Rüstung besorgen. Aber irgendwie klappt das nicht, ne? Ja. Komisch. Da ist nix. Oh, die Erntehelfer sind ein bisschen schwach besetzt, ne? Vielleicht sollte man da nochmal den einen oder anderen dabei machen. Okay, jetzt nochmal essen. Ist auch ein bisschen knapp. Da kriegen wir noch einen rein, ne? Essen da oben. Komm, der geht auch schon. Essen. Sind jetzt reichlich. Das sind Bergleute, drei. So viele brauchen da auch nicht. Oh, Träger haben wir keine. Ach, warte mal. Das sind reichlich, ne? Essen. Ich hab nur aus Versehen die zweite Seite gehabt. Ja, weg, Leute. Hier ist auch zweite Seite. So wenig sind das gar nicht. Übersehen, ne? So. Weichlich. Gott, aber war ja jetzt nicht schlimm, wenn die da hingehen. Gut, okay. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es dann auch erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.